dreißigstes kapitel phileas fogg thut nur seine schuldigkeit drei reisende passepartout darunter waren verschwunden waren sie im kampf gefallen waren sie gefangene man konnte es noch nicht wissen viele waren verwundet aber keiner tödlich zu den schwer verwundeten gehörte der oberst proctor der sich tapfer geschlagen hatte und durch eine kugel zu boden gestreckt worden war sie wurden auf dem bahnhof sogleich in pflege genommen mrs aouda war wohlbehalten phileas fogg obwohl er sich nicht geschont hatte keinen ritz fix war unbedeutend am arm verwundet aber passepartout fehlte und die junge frau vergoss tränen um ihn inzwischen hatten alle reisenden den zug verlassen die räder der waggons waren mit blut befleckt und fleischklumpen hingen an den naben und speichen weithin auf der weißen fläche sah man rote streifen die hintersten der indianer verschwanden im süden am republican river herr fogg stand mit gekreuzten armen unbeweglich es war eine wichtige entschließung zu fassen mrs aouda die neben ihm stand blickte ihn an ohne ein wort zu sprechen er verstand diesen blick war sein diener gefangen musste man nicht alles daran setzen ihn den indianern zu entreißen ich werde ihn wiederbekommen tot oder lebendig sagte er einfach zu mrs aouda ah mein herr rief die junge frau aus faßte die hände ihres begleiters und bedeckte sie mit tränen lebendig fuhr herr fogg fort wenn wir keine minute verlieren mit diesem entschluß setzte phileas fogg alles daran er konnte seinen ruin herbeiführen verspätete er sich um einen einzigen tag so verfehlte er das paketboot zu new york und seine wette war unrettbar verloren aber der gedanke es ist meine pflicht ließ ihn nicht schwanken der kommandierende hauptmann des forts kearney war zugegen seine soldaten etwa hundert mann waren im verteidigungszustand für den fall daß die sous den bahnhof direkt angegriffen hätten mein herr sagte herr fogg zu dem kapitän drei reisende sind verschwunden tot fragte der kapitän tot oder gefangen erwiderte phileas fogg die ungewissheit darüber muss beseitigt werden wollen sie die sous verfolgen das ist bedenklich mein herr sagte der kapitän diese indianer können bis über den arkansas hinaus fliehen ich darf die anvertraute feste nicht verlassen mein herr versetzte phileas fogg es handelt sich um drei menschenleben allerdings aber kann ich fünfzig leben einsetzen um drei zu retten ich weiß nicht ob sie's können mein herr aber ihre pflicht ist's mein herr erwiderte der kapitän niemand hier hat mich meine pflicht zu lehren nun gut sagte phileas fogg kalt so werde ich allein gehen sie mein herr schrie fix der herbeigekommen war sie wollen allein die indianer verfolgen meinen sie denn daß ich diesen unglücklichen welchem wir alle das leben verdanken zugrunde gehen lasse ich gehe nun denn allein sollen sie nicht gehen rief der kapitän der sich der rührung nicht erwehren konnte nein sie sind ein wackeres herz dreißig mann die guten willen haben fuhr er fort zu seinen soldaten die ganze kompanie trat in masse vor der kapitän hatte nur auszuwählen es wurden dreißig dazu bestimmt und ein alter sergeant trat an ihre spitze danke kapitän sprach herr fogg gestatten sie mir sie zu begleiten fragte fix den gentleman tun sie nach belieben mein herr erwiderte phileas fogg aber wollen sie mir einen gefallen erweisen so bleiben sie bei mrs aouda sollte mir ein unglück widerfahren das gesicht des polizei agenten erblasste sich von dem manne trennen welchen er mit so viel ausdauer auf schritt und tritt verfolgt hatte ihn so sich in gefahr begeben lassen fix sah dem gentleman achtsam ins angesicht und trotz seiner vorgefassten meinung trotz seines innern kampfes schlug er die augen nieder vor diesem ruhigen und offenen blick ich bleibe zurück sprach er nach einigen augenblicken drückte herr fogg der jungen frau die hand übergab ihr so dann seinen kostbaren reisesack und machte sich mit dem sergeanten und seiner kleinen truppe auf den weg doch ehe sie gingen sprach er zu den soldaten meine freunde sie bekommen tausend pfund wenn wir die gefangenen retten es war damals einige minuten über zwölf uhr mrs aouda hatte sich in ein gemach des bahnhofes zurückgezogen und wartete da einsam in gedanken an phileas fogg seinen einfachen großen edelmut seinen ruhigen mut herr fogg hatte sein vermögen daran gesetzt und jetzt wagte er sein leben und das alles ohne schwanken aus pflichtgefühl ohne viel worte phileas fogg war ein heros in ihren augen der agent fix hatte andere gedanken und konnte seiner lebhaften bewegung nicht meister werden in fieberhafter bewegung ging er auf dem kei des bahnhofes auf und ab bald war er wieder er selbst nun begriff er wie töricht es gewesen ihn fortzulassen wie nachdem er diesem manne um die erde herum nachgefolgt jetzt sich von ihm trennen er machte sich vorwürfe als wieder polizeidirektor der hauptstadt einem agenten wie war ich dumm dachte er der andere wird ihm gesagt haben wer ich bin jetzt ist er fort und wird nicht mehr wieder kommen aber wie hab ich mich nur so können betören lassen mit dem verhaftsbefehl in der tasche ich bin doch wahrhaftig ein rindvieh indessen flossen ihm die stunden langsam er wußte nicht was er tun sollte manchmal hatte er lust der mrs auda alles zu sagen doch fiel ihm ein die junge frau würde dies übel aufnehmen er fing an mutlos zu werden und empfand große lust die ganze partie aufzugeben die gelegenheit dazu bot sich ihm bald dar gegen zwei uhr nachmittags während der schnee in großen flocken fiel hörte man von osten her langes pfeifen ein enormer schatten hinter einem gelben schein kam langsam heran und gewann im nebel bedeutend vergrößert ein fantastisches aussehen doch erwartete man von osten her noch keinen zug der durch den telegraphen begehrte beistand konnte sobald noch nicht anlangen und der zug von omaha nach san francisco sollte erst am folgenden tag vorüberkommen bald stellte sich heraus wie es sich verhielt die langsam herankommende lokomotive war dieselbe welche vom zug abgetrennt mit erstaunlicher schnelligkeit samt dem maschinisten und heizer weitergefahren war sie war noch einige meilen auf den schienen gelaufen dann ließ das feuer aus mangel an heizung nach der dampf verlor seine kraft und eine stunde nachher blieb die maschine zwanzig meilen über der station kearney stehen der maschinist und der heizer waren nicht tot geblieben und kamen nach langer ohnmacht wieder zu sich damals stand die maschine bereits still und der maschinist als er die lokomotive allein ohne wagen hinter sich sah dachte sich was vorgefallen war und er war überzeugt dass der zurückgebliebene zug in bedrängnis sei er besann sich keinen augenblick darüber was seine pflicht sei nach omaha weiterzufahren war klug umzukehren zu dem vielleicht noch von den indianern geplünderten zug war gefährlich gleich viel einige schaufeln kohlen und holz belebten wieder das feuer der dampf wirkte von neuem und gegen zwei uhr nachmittags war die maschine wieder auf dem rückweg zur station kearney die reisenden waren höchlich erfreut als sie die maschine wieder an der spitze des zuges sahen um die so jämmerlich unterbrochene reise fortzusetzen als die maschine anlangte wendete sich mrs aouda an den kondukteur sie wollen abfahren fragte sie im augenblick madam aber die gefangenen unsere unglücklichen begleiter ich kann den dienst nicht unterbrechen versetzte der kondukteur wir sind schon um drei stunden verspätet und wann wird der nächste zug von san francisco vorbeikommen morgen abend madam morgen abend aber das ist zu spät sie müssen warten unmöglich erwiderte der kondukteur wollen sie mitfahren so steigen sie ein ich fahre nicht mit war die antwort fix hatte der unterredung zugehört einige augenblicke zuvor als jedes mittel der weiterbeförderung ihm abging wäre er imstande gewesen kearney zu verlassen und jetzt da der zug zum abfahren bereit stand und er nur einzusteigen brauchte fühlte er sich mit unwiderstehlicher gewalt festgehalten bei erneuertem schwanken behielt der zorn über seinen misserfolg die oberhand inzwischen hatten die passagiere und einige verwundete unter andern der oberst proctor ihre plätze im waggon eingenommen die siedenden kessel summten der dampf entwich aus den klappen der maschinist pfiff der zug setzte sich in bewegung und enteilte rasch seine dampfwirbel verschwanden im schneegestöber der agent fix war nicht mitgefahren es verlief stunde auf stunde bei sehr schlimmem wetter strenger kälte fix saß auf einer bank im bahnhof unbeweglich man konnte meinen er schlafe mrs aouda verließ trotz des unwetters jeden augenblick das ihr eingeräumte zimmer sie lief bis ans ende des kay trachtete durch das schneewetter hindurch zu sehen den dichten nebel zu durchdringen horchte auf jedes geräusch vergebens dann kehrte sie ganz starr zurück um bald nachher wieder zu kommen doch immer vergebens es ward abend und die truppe war noch nicht zurück wo mochte sie eben sein war es möglich die indianer einzuholen kämpften die soldaten oder schweiften sie im nebel umher der kapitän war in großer unruhe obwohl er es nicht merken lassen wollte es ward nacht der schnee fiel nicht mehr so arg aber die kälte nahm zu unermessliches dunkel tiefe stille lag über der ebene kein vogelflug keine spur eines wildes mrs aouda den geist voll schlimmer ahnungen das herz voll angst lief die ganze nacht hindurch unstet am rande des wiesengrundes hin und her ihre fantasie malte ihr tausend gefahren vor sie litt unaussprechlich in diesen langen langen stunden fix stets unbeweglich an derselben stelle war ebenfalls schlaflos so verlief die nacht bei tagesanbruch stieg die halb erloschene sonnenscheibe am nebligen horizont auf doch konnte der blick bis auf zwei meilen weit dringen im süden wohin phileas fogg mit seiner truppe gezogen war alles öde und leer es war sieben uhr vormittags der kapitän in äußerster besorgnis wußte nicht was er anfangen sollte der ersten truppe eine zweite zum beistand nachschicken durfte er bei so wenig aussicht auf rettung noch mehr truppen opfern er winkte einem lieutenant und befahl eine rekognoszierung vorzunehmen da ließen sich schüsse vernehmen die soldaten stürzten aus dem vor heraus und in der entfernung einer halben meile sah man die kleine truppe in bester ordnung auf der rückkehr herrn fogg an der spitze und neben ihm passepartout mit den beiden anderen reisenden den händen der sous entronnen zehn meilen südwärts von kearney hatte ein kampf stattgefunden kurz vor der ankunft der truppen waren passepartout und seine gefährten bereits handgemein mit ihren hütern und der franzose hatte schon drei derselben mit der faust niedergeschlagen als sein herr mit den soldaten zu ihrem beistand erschien die retter und geretteten wurden mit freudengeschrei empfangen und phileas fogg händigte den soldaten die zugesagte prämie ein während passepartout nicht ganz ohne grund sich sagte wahrhaftig ich mache meinem ehren große kosten fix sprach kein wort sah herrn fogg ins angesicht was für gefühle sich in seinem innern stritten wäre nicht leicht zu bestimmen mrs aouda ergriff die hand des gentleman drückte sie warm in den ihrigen ohne ein wort vorbringen zu können passepartout hatte sich sogleich wie er ankam nach dem wagenzug umgesehen er meinte ihn zur abfahrt nach omaha bereit zu finden und hoffte man könne die verlorene zeit wieder einbringen der zug der zug rief er der ist fort erwiderte fix und wann kommt der nächste fragte phileas fogg erst diesen abend war die gelassene antwort ende von kapitel 30